willkommen in der noppenklötzchen scheune mein name ist blog star und freunde heute stelle ich euch von kobe das set 5724 die morance ms 406 im maßstab 1 zu 35 vor das flug so 1 zu 35 da steht 1 zu 35 hier steht ein ok freunde live und tape 1 zu 32 1 zu 35 den ganzen geld mit polnischer pilot polnischer pilot polnischer pilot spare ich mir jetzt mal weil 1 zu 32 1 zu 35 freunde kommen mit mir auf dem bautisch ist das jetzt ein fehl druck kriegt der geld für ja freunde da haben wir die 5724 die morance ms 406 aus der historik collection world war two von kubi auf meinem baustisch liegen 317 steinchen eine mini figur und maßstab 1 zu 32 beziehungsweise maßstab 1 zu 35 wenn das ein bekannter fehldruck ist freunde schreibt mir erstmal bitte in die kommentare ich mache den karton natürlich für euch jetzt trotzdem auf hier haben wir einen piloten frankreich mai 1940 hört ihr gleich in den fakten länger gab es das flugzeug ja gar nicht im aktiven dienst bei der französischen luftwaffe denn danach wurde frankreich besetzt die maschinen ging aber noch an andere länder der achsenmächte hört ihr aber alles gleich in den fakten genauso wie hier die details zur maschine könnt ihr auch noch kurz vor der faktenzeit lesen was natürlich hier interessant ist und deswegen habe ich auch habt ihr vielleicht am anfang gesehen die polnische und die französische fahne bei mir im hintergrund weil wir hier wieder ein flugzeug haben was von exil piloten im dienste der französischen luftwaffe geflogen wurden deswegen stand auch auf dem tisch die spitfire die wurde ja auch von polnischen piloten geflogen und natürlich die de montant d520 die wurde auch von polnischen piloten geflogen kobi baut ja ganz oft solche sets die polnischen bezug haben die besagten maschinen findet ihr natürlich oben auf dem in meiner kobe playlist wir sehen das blutzeug wird 26 cm lang und 11,5 cm hoch ist es so fast kobe durchschnitt bei jägern möchte ich mal sagen wir können das fahrwerk wieder einklappen wir haben hier ein kopf dass wir aufmachen können wir sehen sogar hier so ein bisschen instrumente finde ich ganz gut und wir können den propeller drehen was aber viel wichtiger ist natürlich ob wir nicht nur fehldrucke aus nach dem karton haben sondern ob wir auch fehldrucke in haben deswegen schauen wir jetzt was in den karton steckt meine freunde ja freunde da haben wir den karton inhalt auf den bautisch liegen beziehungsweise auf dem karton ich kann euch sagen wir haben 14 tüten bevor wir loslegen schauen wir erst mal wann wurde das set genau hergestellt nämlich am 17 1 2022 und 14 uhr 39 sekunden in der kobe fabrik in mieleck ja wir haben die anleitung wieder hier liegen die in der vier großklammer gebunden ihr kennt das alles empfehlung ab neun jahren traurige zwiebel verboten captain planet einmal der blitze schießt ein löwe und dann irgendwas mit uk ca keine ahnung was und ganz wichtig pad printed wir haben wieder das karton wieder gespiegelt außer diesen schönen roten nacht himmel oder oder abendrothimmel den wir auf dem karton hatten und natürlich auch wieder hier die fakten wir bauen natürlich diesmal nicht im bau abschnittstüten sondern wir haben 14 einzeltüten was wir bauen ist farblich was schon gebaut wurde ist so farb entsättigt in so einem schönen neutralen grau wir legen hier an legenden die teils an die wir brauchen wir sehen hier nur einmal fünfer würde ich sagen oder einmal sechser jener einmal dreier fließe finde ich immer ganz gut feile weisen uns auch den weg bzw manchmal auch solche kreisfeile wenn wir etwas umdrehen müssen und dann sind wir nach 76 bauschritten fertig wie immer ist das bei den fliegern der stand den werde ich wahrscheinlich auch diesmal wieder am anfang bauen denn diese schwarzen steinchen die stören mich immer und dann ist das schon mal weg habt ihr vielleicht in den ein oder anderen video bei mir schon mal gesehen ja dann auch wieder typisch kubi die letzten seiten sind immer die teile übersichten haben wir hier auf zwei seiten möchte ich mal behaupten und dann haben wir immer ein bisschen werbung und freunde das ein oder andere set hiervon habe ich schon gebaut findet ihr oben auch auf dem wobei ich sehe hier der r35 der fehlt mir noch ganz arg ich mag diese französischen fahrzeuge die waren gar nicht so schlecht wie ihr ruf das immer uns erzählen möchte ja freunde aber apropos erzählen möchte hier sind wir auch werbung ich erzähle euch jetzt ein paar fakten während ich das set hier baue euch viel spaß dabei meine freunde speed bild zeit ist fakten zeit und wie es von mir gewohnt zeit sprechen wir heute über das grundlegende flugzeug über die moran saunier ms 406 diese war ein französisches jagdflugzeug das 1938 von moran saunier entworfen wurde zahlenmäßig war es der wichtigste jäger der französischen luftwaffe zu beginn des zweiten weltkriegs die französische regierung legte 1934 eine spezifikation für einen sperrholz tiefdecker fest die moran saunier erfüllen wollte der erstflug des vorgängers ms 405 erfolgte dann auch gleich 1935 es wurden 17 ms 405 prototypen hergestellt die schließlich zu ms 406 führten die produktion begann im januar 1939 und bereits im märz wurde diese an die französische luftwaffe geliefert das flugzeug war im allgemeinen frei von größeren konstruktionsfehlern allerdings war es stark unter motorisiert und zu schwach bewaffnet im vergleich zu gegnerischen jägern während des angriffs auf frankreich im mai 1940 war die messerschmitt bf 109 der ms 406 weit überlegen es war jedoch einer der wenigen modernen jäger in frankreich und in ausreichender stückzahl vorhanden die überlegenheit der deutschen maschinen forderte hohe opferzahlen unter den französischen piloten 400 maschinen gingen im luftkampf verloren bei 175 eigenen luftsiegen viele maschinen wurden bereits am boden zerstört nach der kaputulation frankreichs übernahmen deutschland große restbestände viele wurden für die trainingszwecke der luftwaffe verwendet eine ganze reihe wurde aber an befreundete staaten wie finnland italien oder dem faschistischen kroatien übergeben sie kämpfen zum beispiel in syrien gegen die royal air force später baute finnland sogar erbeutelte russische motorin ein und baute somit eine eigene version dieser maschine aber auch die schweiz und die türkei verwendeten dann später diesen typ die ms 405 wurde 1934 als tiefdecker mit einziehbaren fahrwerk entworfen die ms 405 war aus einem sperrholz rumpf einen holz metall mittel teil und einer duralium nase erbaut es war der erste französische tiefdecker mit geschlossenen cockpit und einzig fahrwerk ein neuer 860 ps 12 y motor von hispano suiza trieb einen zwei blatt chouverel propeller an der erst flug war am 8 august 1935 die entwicklung ging sehr lange langsam voran der zweite prototyp mit einem 900 ps hs 12 crs motor flog erst am januar 1937 das flugzeug schaffte 445 stundenkilometer dies reichte zur freigabe von 16 weiteren prototypen die dann ja in der ms 406 mündeten das ergebnis war nämlich diese verbesserung die ms 406 die wichtigsten änderungen waren die flügel form und ein geringeres gewicht und geringeres gewicht ist immer gut und besonders bei flugzeugen sie hatte einen 860 ps hispano suzia 12 y 31 motor und erreichte 490 stundenkilometer die bewaffnung umfasste eine 20 mm hispano suzia hs 9 oder 20 mm hispano suzia 404 kanone und zwei 7,5 mm mac 1934 maschinengewehre die französische luftwaffe ordnete 1938 etwa 1000 maschinen aber moranzonnier hatte gar nicht die kapazitäten dafür zusätzlich wurde deshalb die nationale fabrik sncao in saint nazaire eingebunden das erste produktionsmuster flog am 29 januar 1939 die produktion stockte aber immer mehr wegen motoren knappheit zu beginn des zweiten weltkrieges waren dann 535 maschinen im dienst gestellt im märz 1940 endete die produktion mit circa 1000 maschinen nach 49 minuten sind wir fertig beim klemmen unser moranz ms 406 dem kubi seit 5724 freunde es hat spaß gemacht zu bauen unser flugzeug hier ich möchte noch kurz ein zwei sagen zum historischen vorbild dieses flugzeug ist ja ein großes stückzahlen erbeutet wurden und dann bei vielen anderen luftwaffen genutzt was ich euch noch sagen möchte ist den namen den dieses flugzeug in finnland hatte unter anderem dann mit erbeuteten russischen motoren erbaut also ein beute beute flugzeug russisch finnisch französisch im einsatz der finnischen streitkräfte es hieß dort merkel moran oder irgendwie sowas ähnliches ich blende das unten mal ein ein lustiger name für eben dieses flugzeug ja das kubi set wie gesagt 49 minuten ich habe ja zum ersten mal so die teile ausgebreitet war was anderes damit ihr auf dem ersten blick sehen könnt was das set zu bieten hat das werde ich in zukunft jetzt öfter so machen weil es für mich a schneller geht wegen dem suchen und ihr b hat so den eindruck über die teile bekommt und das hüten aufreißen das frisst auch immer zeit und ich glaube es ist ein bisschen uninteressant für euch ich habe euch ja hier die spitfire und da die der montana hingestellt so ein bisschen zum vergleich weil kubi ja irgendwie dieses jahr so das jahr der flugzeuge hat auf jeden Fall das erste halbjahr wir wollen aber uns nicht ablenken lassen wir wollen ja über dieses flugzeug reden es hat spaß gemacht zu bauen und ich finde halt richtig gut dass es auch schön rüber kommt dass dieser flieger so etwas bullig ist ihr habt ja im intro gesehen dass das flugzeug vorne so etwas wuchtig ist etwas keilig und ich finde das kommt ganz gut rüber was mir nicht gefällt und ihr seht es schon hier an den abgaseinrichtungen dass diese nur auf einer noppe so hängen in dieser jumper plate dieser versetzten und somit muss man immer aufpassen wenn man es anfasst dass alles gerade bleibt ebenso bei den maschinen kanone maschinengewehr das kann man hier alles so verbiegen das fand ich ein bisschen blöd aber die bauweise die bautechnik die fand ich super kubi trickste immer so ein bisschen bei flugzeugen weil sie die tragflächen mal so umbauen mal so umbauen und somit so ein bisschen immer ja quasi das was wir schon kennen sie jetzt die beiden flugzeuge links und rechts einfach in der anleitung ein bisschen auf dem kopf stellen man nach links drehen und somit somit wir denken oh cool kubi macht mal wieder anders mal wieder neu und ist mal was interessantes aber einiges ist beim tragflächen bau fast das gleiche ihr habt gerade gesehen hier die antenne ist mir rausgeflogen wenn man es auf den kopf stellt aber eigentlich hält die ganz gut hier hätte eigentlich alles ganz gut bis auf die tragfläche die ist ein bisserl fragil gebaut man ein zwei stellen zum beispiel ist das hier so dass wenn man da drückt könnte man nicht hier die fließe raus drücken das seht ihr da kommt die einmal dreier fließe in braun raus das gefällt mir nicht so gut generell wirkt die tragfläche ein bisserl da geht auch schon wieder was ab beim einziehen ihr seht es also das gefällt mir gar nicht gut da hat kubi bist du ja weiß nicht gebaut das muster ist immer gut aber wenn ich hier drücke habe ich immer das gefühl ich drücke irgendwas ab hängt auch teilweise nur in einer noppe das gefällt mir nicht habe ich schon beim bauen gemerkt so wenn man zu viel drückt dann geht das irgendwie los ja trotzdem aber gut und das möchte ich nochmal hervorheben ich habe es bei den anderen fliegern oft bemängelt hier haben wir ganz viele fließen unter dem flugzeug und das macht es schön clean gut hier hätten es noch zwei hände kommt und dann da und dann werden wir glaube ich wunschlos glücklich gewesen was die prinz angeht wie immer wunschlos glücklich hat kubi hier wieder schön großflächig prinz das schachbrett muss da finde ich ganz gut auch wenn zwei geteilt es fällt gar nicht auf und wir haben hier sogar einen bedruckten transklier stein wo man zwar die tubes sieht aber auch wieder bedruckt in grün und man hat das muster der kanzel noch weitergeführt finde ich richtig gut wenn kubi jetzt noch mal irgendwann die kanzel so bedruckt dann wäre es gar nicht mehr auszuhalten hinten hier das staffel abzeichen richtig nice ms 406 c1 und auch diese verstrebungen wie bei den flugzeugen der jungen 40 jahre finde ich auch richtig gut und auch hier hinten dieses häkchen dass das heckrad sporenrad ersetzt irgendwie so heißt es ja also hier der druck vorne auch wie so ein kleines kinnbärtchen generell einfach toll dass kubi alles bedruckt auch über mehrere plate struktur der schmitte mir ab richtig gut ja also es ist wirklich vielleicht ein nächsten produkt weil natürlich will jeder irgendwie die vocke wolf die spitfire die messerschmitt aber ich finde gerade diese französischen flugzeuge die haben was und gerade dieser typ hier mit seiner bulligen front hier mit diesem doppelkinn das gefällt mir richtig gut und die ähnlichkeit zu dem modell dass sie im intro gesehen hat zum original ist auf jeden fall da es gibt sonst nicht wirklich viel zu sagen außer das cockpit hier das kennen wir auch von kubi schon mit diesen teilen wir haben auch wieder eine atemmaske mit schlauch und was fehlt wenn wir die atemmaske mit schlauch zeigen natürlich der pilot ich klappe mal wieder hier das fahrwerk aus muss wieder aufpassen dass hier die fließe nicht rauskommt nie passt deswegen seht ihr auch hier nach das ist nur die fließen dann geht es raus und wir können es natürlich auf noppen wie immer auf unseren stand aber kommen wir zum schluss zu wir schauen uns erst mal hier den piloten an ihr seht links auch noch mal in groß schön bedruckt lächelt verschmitzt wir sehen auch wieder hier den fallschirm so mit diesem knopf gut ich weiß gar nicht wie das heißt finde ich aber richtig gut diesen einen knopf wo man drückt und geht da ab gefällt mir also typisch gut bedruckte kubi figur die werden auch immer immer besser und er lacht einfach richtig cool der tut ja freut mich gut wir haben ein paar steine über gehabt typisch kubi flugzeug haben wir diese einmal zwei c claims weil wir leicht brechen können die kriegen immer stressmarken ich glaube auch hier hat nämlich die eine bei mir schon eine stressmarke vielleicht kann man es erkennen ja das ist halt leider so ein bisschen problem der stand ist der stand jetzt habt ihr jetzt bei vielen videos von mir schon gesehen ich kann euch da nur noch mal das video von der spitfire ans herz legen da habe ich ja so ein kleines bisschen umgebaut damit wir die figur auch darauf stellen können hier verschwindet der pilot bei mir dann wieder im cockpit und natürlich wollen wir die maschine auch hier drauf stellen und ihr seht der stand funktioniert hier wunderbar so jetzt habe ich viel gequatscht jetzt zeige ich euch das flugzeug aber noch mal in der draufsicht das gehört sich so auf der front schauen wir auf den spinner oben drauf dann von unten noch einmal wie gesagt ich finde schön dass wir hier ziemlich viele fliesen haben dann schauen wir natürlich von hinten noch mal drauf diese verstrebungen gefällt mir richtig gut und dann noch mal so ein bisschen von der seite und ach freunde mir gefällt dieses flugzeug ich habe es euch gesagt gerade dieses bullige das hat was und ich mag es dass kubi hier zwar immer den weg über polnische piloten geht aber trotzdem darf so ein typ der ja gerade wichtig war für die franzosen und auch logischerweise dann für die ganzen achsen mächte die dieses flugzeug benutzt haben darf so ein typ nicht vergessen werden und das hat das schöne an diesem klemmbaustein modellbau das kubi das abdecken wenn ihr mal guckt hier als hätte ich es fast gewusst ich habe es genauso hingestellt sieht doch fast genauso gleich aus gefällt mir ja freunde es gefällt mir auch euch gleich noch mal ein paar detailbilder zu zeigen und uns euch dann noch einmal in die augen zu schauen ja freunde während ihr hier noch mal ein paar detail fotos bekommt möchte ich euch wie immer auf meine video beschreibung hinweisen dort findet ihr nämlich einen link zum shop bildenbix.de von meinem guten freund sebastian wo man dieses set auch kaufen kann und mit den rabattcode blogs dann gibt es sogar 15 prozent und dann möchte ich auch darauf hinweisen dass natürlich auch in der infobox meine quelle zum morance ms 406 steht nämlich der link zum flugzeug minus lexikon.de ja freunde da ist das video auch leider schon zu ende zu unserer morance ms 406 und ja freunde ihr seid durch wir haben hier die sechste stunde es ist gleich schulende denn ich habe keine französischen flieger mehr also kann ich euch auch mit französischer schlechter aussprache demnächst nicht mehr nerven genervt hat mich hier beim bau eigentlich gar nichts außer natürlich bisher diese instabilität des flügels dafür richtig coole bautechnik hier unten bei der maschinenkanone wo wir mit diesen halben baurichtungsumkehr stein arbeiten wo ich von oben dann und von unten gegen konnte und dann so ein massiver block entsteht das gefällt mir richtig gut und auch das kobe immer versucht und so ein bisschen mit habe ich euch gerade gesagt wechseln der perspektive meint was neues zu erzählen in der bauanleitung nice try finde ich aber gut warum nicht ja ich habe nicht viel zu meckern ich habe es gesagt einzig der fehl druck hier aber der ist lustig 32 35 ist egal und gesetzt der serie der 3er serie dürfte ich eigentlich bei den nächsten kobe videos kein fehlteil kein fehl druck und auch nichts falsches in der anleitung mehr haben finde ich ganz gut dass wir mit diesen schönen flieger quasi die serie jetzt beenden das machen wir einfach so es kann jetzt einfach nichts mehr falsch laufen in diesem sinne freunde hoffe bei euch läuft nichts falsch würde mich freuen wenn ihr noch ein bisschen was für den algorithmus tut also daumen hoch daumen runter kommentar schreiben ihr wisst dass dass mein kanal ein bisschen mit euch zusammen wachsen kann in diesem sinne wachsen ist ganz gut wachst hinaus ins wochenende guten flug auf wieder bauen euer freund der blog star